Hey, kennst du den schon? Was ist Bigfoots liebstes japanisches Essen? Na? Shushi. Warte, 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 ich hab noch einen. Und was ist sein Lieblingssnack? Doritos. Er taucht hinab zum tiefsten Grund und bringt herauf nur den schönsten Schund. Der Trash-Taucher. Der Podcast für alle Trash-Fans und die dies noch werden wollen. Ja, wir haben einen neuen Monat vor uns. Den November. Und der November, da tue ich mir immer so ein bisschen schwer, mir was zu überlegen. Weil, ich weiß nicht, der ist immer so zwischen dem Oktober. Der Oktober ist ja immer cool und im Dezember ist klar, jo, da kannst du irgendwas mit Weihnachten und so machen. Aber was zum Teufel macht man im November? Ich glaube, letztes Jahr habe ich so transdimensionale Filmchen mir angeschaut. Und dieses Jahr wollte ich aber mal ein bisschen die herbstliche Atmosphäre, die ja so langsam über uns hereinbricht, es wird langsam richtig kalt da draußen. Ich hoffe, ihr habt alle schon Winterreifen drauf. Ich hab's noch nicht. Ich muss mal demnächst in die Werkstatt fahren, weil mein Auto macht aktuell so ein paar Mucken und ich muss mal Zylinderkerzen wechseln und Ölwechsel und Reifen und hast du nicht gesehen. Ja, aber ich bin nicht der Einzige, der Probleme mit seinem Auto hat. Denn im heutigen Podcast reden wir über einen Film, der als Auftakt für den haarigen November herhalten soll. So Harry, it's scary. Und deswegen habe ich mich einer mythischen Figur gewidmet, einem Fabelwesen, dem man nachsagt, es soll existieren, es soll unter uns leben, in den Wäldern, in den Bergen, in der Tiefsee glaube ich jetzt eher nicht, obwohl auszuschließen wäre es nicht, obwohl das ziemlich witzig wahrscheinlich aussehere. Die Rede ist von Bigfoot, a.k.a. Sasquatch, a.k.a. Yeti, a.k.a. jenen, a.k.a. hast du nicht gesehen. Es gibt so viele Namen für dieses Viech, das ist echt gruselig. Und ich will mich im Laufe des November ganz vielen Bigfoot und anderen Unterartenfilmen widmen, aber der Auftakt ist natürlich immer was Besonderes. Und für den Auftakt habe ich mir wahrscheinlich einen Film ausgesucht, bei dem sich jetzt ganz viele von euch an den Kopf greifen und denken, alter, also ohne Scheiß, wir lassen dir ja echt viel durchgehen. Aber warum zur fickenden Hölle hast du dir ausgerechnet Bigfoot und die Hendersons als Auftakt ausgesucht? Tja, das hat zwei Gründe und auf die zwei Gründe komme ich später zu sprechen, aber erstmal schauen wir, worum geht es denn in Bigfoot und die Hendersons? Die Handlung Bei einem Ausflug in die Wälder läuft in Hendersons ausgerechnet der legendäre Bigfoot vors Auto. George, Nancy, sowie die Kinder Sarah und Ernie glauben, den zotteligen Riesen getötet zu haben und nehmen ihn heimlich mit nach Hause. Als Bigfoot dort allerdings wieder erwacht, stellt er das Haus komplett auf den Kopf. Zunächst herrscht Panik, ehe die Hendersons das gutmütige Wesen ihres haarigen neuen Mitbewohners Harry erkennen. Als ihnen aber neben den Nachbarn auch die Presse und ein Bigfoot-Jäger auf die Schliche kommen, beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, um das vermeintliche Monster wieder in Sicherheit zu bringen. Die Entstehung Ja, heute haben wir es mit Harry and the Hendersons, wie er im Original heißt, zu tun, beziehungsweise im deutschen und auch in einigen anderen internationalen Märkten. Bigfoot und die Hendersons aus dem Jahr 1987 eine Familienkomödie mit einem Budget von stolzen 10 Millionen US-Dollar für die damalige Zeit beachtlich, muss man sagen. Also wir sind hier definitiv nicht mehr im Low-Budget unterwegs, auch wenn man heutzutage sagen würde, oh 10 Millionen, was kannst du damit einstellen? Kannst du gerade mal drei Folgen Titans abdrehen und ja, oder eine Folge The Boys. Ja gut, andere Zeiten, anderes Geld, ne? Also 87 waren 10 Millionen, glaube ich, gar nicht mal so eine niedrige Hausnummer, um einen ordentlichen Film auf den Weg zu bringen. Zumindest haben sie das hier versucht. Spoiler. In der Regie Platz genommen hat William Deere, ein kanadischer Regisseur, den man unter anderem für seine Arbeiten im Fernsehen hat er einiges gemacht, aber im filmischen natürlich auch. So zum Beispiel Time Rider, das Abenteuer des Lyle Swan, der Spion, der aus der Highschool kam. Dann hat er auch das Drehbuch zu Rocketeer gedreht und wir bleiben im familienfreundlichen Fernsehsehsegment. Und er hat auch die Segmentregie bei Playboy Collectors Edition Volume 2 übernommen. Ja, man muss ja irgendwie sein Geld verdienen, ne? Und so ein bisschen Schmuddelkram gehört halt auch dazu. So ein bisschen schmuddelig. Das bringt halt auch dreckiges Geld, bleibt immer noch Geld, womit ich meine Miete zahlen kann. Das wird sich der gute Herr Dir auch gedacht haben. Hier hat er auch am Drehbuch mitgeschrieben, zusammen mit seinem Kollegen Bill Martin. Der hat schon vorher auch mit Dir zusammengearbeitet an verschiedenen Drehbüchern für TV-Produktionen. Der ist aber eigentlich Synchronsprecher und vor allem aus verschiedenen Cartoons und Videospielen bekannt. Und der dritte im Bunde, Ezra D. Rapaport, der zuvor nur ein, zwei Drehbücher auch mit Dir geschrieben hatte und dessen ja letztere Drehbucharbeit tatsächlich Harry und die Hendersons war. Für die Produktion verantwortlich war Richard Vane. Und der ist relativ populär, würde ich sagen. Ist unter anderem als Produzent oder zumindest als ausführende Produzent aufgetreten für Filme wie Arachnophobia, Kevin, Allein und New York. Das kündigt sich auch mal wieder an. Bald steht Weihnachten vor der Tür. Oh, ihr wisst ja, es gibt das große Kevin-Allein-Zuhaus-Special hier beim Trash-Towerer vom letzten Jahr. Oh mein Gott. Wenn ihr es euch letztes Jahr nicht angetan habt, da tut es dieses Jahr alle fünf Teile am Stück reinziehen. Mit Jano zusammen, das war ein fantastischer Spaß, das zu besprechen. Aber Richard Vane hat noch mehr fantastischen Familienspaß produziert, zum Beispiel Dennis. Versprochen ist versprochen. Aber auch den, wie ich finde, gelungenen Comic-Heldenfilm Das Phantom mit Billy Zane. Ja, und in der Produktion auch beteiligt, auch wenn er in den Credits nicht genannt wird, ist Stephen fucking Speeberg. Denn, ja, no shit Sherlock, der Film Bigfoot und die Hannesons ist von Amblin Pictures produziert worden. Und Amblin Pictures, wie jeder weiß, ist die Hausproduktionsstätte von Stephen Speeberg. Gut, da haben wir das auch geklärt, woher der Film vielleicht bestimmte Merkmale haben könnte, auf die ich später noch eingehe und ihn ziemlich in Bedrängnis bringe, wie ich finde. Aber dazu später mehr. Das Produktionsdesign stammt von Jim Bissell. Der hat unter anderem schon das Design für E.T., der Außerirdische. Twins, Arachnophobia, Jumanji, The Sixth Day, Cats and Dogs, Ring 2, 300 und einiges mehr übernommen. Also eine große Bandbreite an Produktionsdesigns von familienfreundlich bis Splatter-Comic-Adaption ist hier alles dabei. Fand ich spannend, weil das Design des Films ist, glaube ich, einer der großen Punkte, über die wir auf jeden Fall reden müssen. Und da darf Einnahme natürlich nicht fehlen. Denn als Make-Up-Artist und Chefdesigner, was die Kostüme etc. angeht, war mit an Bord Rick Baker. Und Rick Baker, will ich sagen, ist neben Stan Winston wohl eine der Koryphäen in puncto Special Effects und Make-Up, was das Film-Business, also das Big-Business in Hollywood jemals herausgebracht hat. Rick Baker hat unter anderem schon als Visagist angefangen in Filmen wie Schlock, das Bananenmonster, hat sich dann in den 70ern mit King Kong und der Beteiligung an Star Wars eine neue Hoffnung und das Imperium schlägt zurück einen Namen gemacht. Dann ging es weiter über das Tier, Funhouse, Kabinett des Schreckens oder wie ich ihn gerne nenne, der Tobey-Hupper-Film, an den sich niemand erinnert, dass er von Tobey-Hupper ist, Videodrome. Dann hat er auch das Michael-Jackson-Video zu Thriller verantwortet, also zumindest die Masken und Kostümierungen. Die Wiege des Schreckens war er mit dabei, die Schöne und das Biest, nicht die Zeichentrick, die Fernsehserie natürlich mit Ron Perlman, in der sich Rick Baker auch mit seiner Maskenbilderkunst eingebracht hat. Batman Forever war mit dabei, Man in Black und zum Beispiel auch zuletzt Planet der Affen von Tim Burton. Da seht ihr schon, wenn ihr euch jetzt einen von diesen Filmen vorstellen könnt, wie die Masken dort aussehen, wisst ihr, wie Rick Baker arbeitet und warum er bis heute diesen, ja, glorreichen Namen einfach zurechtregt, dass er ein Make-Up-God sich nennen darf. Also ich finde, der Mann ist ungebrochen einer der größten Make-Up-Künstler im Filmischen aller Zeiten. Was solche, ja, solche Monster-Masken oder einfach generell Maskendesign und so Kram angeht, ist er, ja, einer der ganz Großen, ja. Ganz groß ist auch die Besetzung ausgefallen, die doch recht namenhaft ist. Ich meine, gut, wie gesagt, 10 Millionen US-Dollar damals, da konntest du einige Schauspieler mit bezahlen. Nicht die A-Klasse, aber doch einige, die man heute auf jeden Fall wiedererkennen würde. An der Spitze haben wir John Lithgow als Vater George Henderson. John Lithgow in über 130 Filmrollen aufgetreten, unter anderem Cliffhanger. Zeit der Zärtlichkeit in Shrek, also ist ein Animationsfilm, ich weiß, aber er hat dort den Lord Farquaad gesprochen. Darf man nicht unterschlagen. Und ich als großer Shrek-Fan bin da natürlich an Bord. Wenn es um den Gingerbread-Man geht, do you know the Gingerbread-Man? Yes, I know the Gingerbread-Man. In Dexter war er mit dabei, Planet der Affen Prevolution, in der Neuverfilmung von Friedhof der Kuscheltiere und jetzt ganz frisch, Killers of the Flower Moon. Habt ihr ihn vielleicht auch mal wieder gesehen. Als seine Filmfrau Nancy tritt auf Melinda Dillon. Die hat schon mit Spielberg voll zusammengearbeitet, nämlich in Die unheimliche Begegnung der dritten Art. Dann ist sie auch durch verschiedene Filme geschwappt und ist auch bei Captain America gelandet aus dem Jahr 1990 von Albert Pughn. Spoiler, es war kein guter Film. Und sie hat dort, glaube ich, die Frau von Steve Rogers gespielt. Ich glaube, Mrs. Rogers, genau. Und in Magnolia war sie auch zu sehen. Als älteste Tochter der Familie, Sarah, gespielt von Margaret Langrick. Es war eine ihrer ersten Filmrollen. Sie hatte vorher schon zwei andere Filme gemacht, ist aber später zum Beispiel auch durch die TV-Serie 21st Jump Street weitergekommen. Dann war sie die Hauptrolle in American Ice Creme 3 oder in Filmen wie Party Time mit Frankenstein. Schön, den kannte ich auch noch nicht. Der klingt aber sehr witzig tatsächlich. Aber Margaret Langrick, bin ich ehrlich, ich hatte damals einen kleinen Crush auf die. Ich fand die sehr anziehend. Aber sie arbeitet jetzt nicht mehr im Filmbusiness, sondern als Journalistin für die Vancouver Sun. Weiter geht es in der Familie Henderson mit Ernie. Der wird gespielt von Joshua Rudoy. Der hat zum Beispiel eine Folge in ALF mitgespielt in der Serie Die Schöne und das Biest ein paar Folgen. Dann war er auch dabei in Flatliners von 1990 mit Kiefer Sutherland zum Beispiel und einer Serie, die ich nicht kenne. Inzwischen scheint er auch nicht mehr als Schauspieler zu arbeiten, wenn man seinem aktuellen Profilbild in der Movie Database glaubt, sieht er wohl eher aus wie ein Immobilienmakler. Was ja irgendwie in Hollywood für viele so ein zweites Standbein ist. Irgendwelche Häuser billig aufkaufen und dann richtig dick für Asche wieder irgendwo einen Mann oder die Frau bringen. Wahrscheinlich ist er da auch irgendwo gelandet. Ich habe es jetzt nicht näher verfolgt. Einen Schauspieler, den jeder beim Namen kennt, aber den man kaum zu sehen bekommt, also zumindest in seiner, ja, in Natura, ist der heimliche Star des Films, den wir heute besprechen, nämlich Kevin Peter Hall, der hier als Harry bzw. der Bigfoot auftritt. Kevin Peter Hall mit einer stattlichen Größe von über zwei Metern war immer sehr beliebt, vor allem als Filmmonster. So hat er seinen ersten Auftritt als Filmmonster in Prophezeiung bzw. Prophecy als Mutantenbär gehabt. Und wenn ihr euch jetzt richtig erinnert, ja, den hatte ich letztes Jahr mit dem lieben Peter von den Filmfressen im Oktober besprochen. Könnt ihr nochmal reinhören. Der wusste das nämlich, glaube ich, damals auch nicht, dass Kevin Peter Hall in Prophezeiung seine erste Filmrolle hatte. Und ihr erinnert euch an den Salami-Beermann. Genial. Hat Spaß gemacht, der Film. Aber er ist, glaube ich, am bekanntesten geworden tatsächlich durch die Verkörperung des Predator in den gleichnamigen ersten beiden Filmen, wo er sich erst mit Arnie und dann später in der Stadt mit Danny Glover anlegt. Kevin Peter Hall hat auch andere Filme gemacht, wie zum Beispiel Das Geheimnis der fliegenden Teufel, Labyrinth der Monster und noch ein paar wenige mehr. Meistens, wie gesagt, in der Monsterrolle. Und er hat auch bis zu seinem Tod im April 1991 in der Harry und die Andersons TV-Serie mitgespielt. 16 Episoden lang. Bis er dann tragischerweise zuerst einen Verkehrsunfall hatte. Daraufhin bekam er dann eine Bluttransfusion, die leider HIV beinhaltet hatte. Er wurde dadurch immunkrank und verstarb dann infolge einer Lungenentzündung. Und ja, schwieriges Thema, hartes Thema. Und wer es nicht wusste bis heute, also HIV ist nicht aus der Welt. Also bitte passt auf auf euch bei Sex, weil was auch immer Geschichten ist einfach kein Spaß, wenn Leute an sowas sterben müssen. Also oder aufgrund, dass sie dadurch ihr Immunsystem quasi im Arsch haben und dann für Sachen, die normalerweise gut auszuhalten sind, leider den Löffel abgeben müssen. Deswegen Kevin Peter Hall leider viel zu früh verstorben. Aber er bleibt in Erinnerung. Und auch hier gerade durch die Rolle des Harry, wo er in dem Interview sogar mal gesagt hat, es wäre seine Lieblingsrolle gewesen. Von daher, ja, ganz viel Liebe hierfür. Weiter geht es mit David Suckett. Der hat hier die Rolle des Bigfoot-Jägers Jacques Lafleur übernommen. Ein franco-kanadischer Jäger. Und natürlich heißen die immer Lafleur. Also ich kenne, glaube ich, noch in, heißt der nicht in Tusk, heißt der nicht auch Lafleur, gespielt von Johnny Depp. Ich weiß es gerade nicht mehr. Ich glaube schon. Auf jeden Fall David Suckett kennt man vor allem aus dem Fernsehen und Fernsehfilmen. Und Agerta Christie. Da klingelt es jetzt vielleicht bei euch. Denn er hat in der TV-Serie und auch in einigen Verfilmungen den Hercule Poirot gespielt. Den belgischen, ja, Detektiv, der jetzt aktuell ja von Kenneth Branagh wiederbelebt wurde. Und er war damals, ich glaube, der ikonischste tatsächlich. Und ist auch eigentlich ein Theaterschauspieler, ein hochintelligenter Mann, ein sehr versierter Theaterschauspieler, was man so liest und hört über ihn. Und hier hat er sich eben mal ein bisschen was Mainstreamingern, den Geldhahn ein bisschen aufgedreht. Ja gut, kann man ja mal machen. Ich meine, da muss er auch irgendwo von leben. Und wenn sie ihn gefragt haben, warum nicht? Und er macht ja einen ganz netten Job, kann ich schon mal sagen. Dann haben wir noch Laini Kazan als Irene Moffat, die nervige Nachbarin der Andersons und vor allem neugierige Nachbarin. Die kennt ihr zum Beispiel aus etlichen Filmen mit Adam Sandler. Zum Beispiel Leg dich nicht mit so an, den habe ich das letztes Mal wieder geschaut. Oder ich verwechsel sie immer mit Barbra Streisand. Ich weiß nicht, woran das liegt. Das muss die Nase sein, ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall hat sie da mit Sandler schon häufiger gedreht. Aber zum Beispiel auch die My Big Fat Greek Wedding Filme. Darüber ist sie auch bekannt geworden. Und zum Abschluss einen Schauspieler, den ich immer gerne gesehen habe, weil ich ihn mit sehr witzigen Filmen in Verbindung bringe. Don Amesh. Oder Ameshi heißt er glaube ich. Als Dr. Wallace Wright Wood. Den kennt ihr zum Beispiel aus den Filmen Die Glücksritter bzw. Der Prinz aus Zamunda. Mortimer, wenn es da bei euch klingt. Einer von diesen beiden Reichen, ja schnöseln, die da mit den Aktien rumdealen. Und ich glaube die Glücksritter sind sehr dann obdachlos und leben dann auf der Straße. Genau. Und bekommen dann Geld geschenkt und sind dann auf einmal super happy und müssen sofort in die Börse. Das war einer von den beiden. Genau. So, dann haben wir die Hard Facts mal wieder durchgeorgelt. Und jetzt schauen wir mal, warum ist der Film eigentlich heute hier gelandet und was halte ich denn davon? Mein Eindruck. Ja, und ich habe mir gedacht, ich kann und ich kann doch nicht einfach einen Bigfoot Monat einläuten, ohne über Bigfoot und die Hendersons zu reden. Weil das ist glaube ich einer der ersten Filme, die jedem, der zumindest so in den 80er, 90er Jahren schon in die Nähe von Videotheken oder Videokassetten gekommen ist. Das ist der erste Film, an den man denkt, oder? Also mir ging es zumindest so. Bigfoot und die Hendersons, beziehungsweise Harry und die Hendersons habe ich immer abgespeichert bei mir als der Bigfoot-Film meiner Kindheit. Der hat mich echt lange verfolgt. Den habe ich, glaube ich, auch recht oft geschaut. Wir haben den häufiger mal ausgeliehen. Er lief aber auch häufig im Fernsehen. Also ich glaube heutzutage läuft er nicht mehr so oft. Ich habe ihn zumindest schon länger nicht mehr im TV-Programm gesehen. Aber ja, er hat mich einfach begleitet und mir war einfach danach, dass ich sage, ich packe ihn mal aus und schaue mal. Ich habe den das letzte Mal tatsächlich vor, oh Gott, 25 Jahre ist es bestimmt her, dass ich ihn das letzte Mal gesehen habe. Also schon eine ganze Weile. Und ich habe mir gedacht, schau doch mal, was der so noch kann. Und als ich dann reingeschaut habe, dankenswerterweise konnte ich das in einer sehr guten Qualität, weil mir Turbine Media ein wunderprächtiges Media Book geschickt hat, das jetzt hier meine Sammlung krönt. Und Dankeschön an Turbine an der Stelle. Und ich möchte auch mal einen Shoutout kurz geben. Dieses Media Book ist tatsächlich sehr, sehr wertig. Erstens gibt es einen ganz netten Booklet-Text von Tobias Hohmann, der hier den Hintergründen ein bisschen auf den Grund gegangen ist. Hat hier was zum Thema vor allem, ja, wie die Idee zum Film kam. Warum der so auf diese Comedy-Familien-Sitcom-Schiene so ein bisschen gegangen ist. Und woher die Idee überhaupt kam, dann einen Film zu machen. Und dass daraus dann noch eine Serie entstanden ist. Weil eigentlich soll das erst andersrum sein. Und später wird dann der Film auch natürlich wegen seines Kostüms ganz besonders wichtig. Weil, wie gesagt, Rick Baker hier eine fantastische Arbeit geliefert hat. Also er und sein Team natürlich. Das ist nicht immer nur eine Person. Aber Rick Baker hat hier, glaube ich, den Initiativfunken einfach geliefert, warum Harry so eine ikonische Filmmonsterfigur wurde, die nicht erschreckend ist. Die nicht gruselig ist. Die kein Horrormonster ist, sondern eins von der liebenswürdigen Art. Und in diesem Media Book ist auch jede Menge Bonus-Material drin. Also irgendwelche, ja, Deleted Scenes ist ja ganz klar. Aber auch spannendes Dokumentarmaterial. Und gerade wer sich für diesen Entstehungsprozess von diesen Masken, von diesen Anzügen, die Arbeit mit Kevin Peter Hall und dem Regisseur William Deere. Das war hier total spannend, das zu beobachten und mal zu erfahren, wie haben die denn überhaupt miteinander gedreht. Und das ist auch hier tatsächlich ein, ja, besonderer Punkt für Kevin Peter Hall, weil er zeigt einfach, er ist nicht nur ein Typ in einem Kostüm, sondern er ist ein Schauspieler in dem Kostüm. Und das beweist er hier tatsächlich, weil sonst wäre Harry nicht so geworden, wie Harry tatsächlich dann am Ende auch geworden ist. Das hat er tatsächlich seinem Innenleben quasi zu verdanken, namens Kevin Peter Hall, der hier einfach diese, ja, Mammutaufgabe angenommen hat zu sagen, ja, niemand sieht mich, niemand erkennt mich. Ich bin in einem riesigen Anzug, der super schwer ist, mit einer schweren Maske, die über Fernbedienungen gesteuert wird. Und hast du nicht gesehen. Ich kann nicht mal alleine aufs Klo gehen damit, aber ich kann mich da reinfühlen, wie wäre es, ein Bigfoot zu sein. Und das war auch einer der Gründe, warum ich mal über ihn sprechen wollte. Aber, aber, wir müssen auch drüber reden, was dieser Film so dreist, ja, dreist ist einfach abzieht. Gerade, wenn man drauf schaut, wo er denn herkommt. Amplen Pictures ist hier das Stichwort, Steven Spielberg ist hier das Stichwort. Und ja, der Film hat tatsächlich ein paar ganz ordentliche Macken, aus heutiger Sicht, wo du sagst, huuuhuuhu, also, ha, der ist schon, der ist schon echt fies. Ich hasse ihn dafür, dass ich ihn damals so mochte und deswegen so nostalgisch verklärt da einfach bin. Und ja, das ist furchtbar. Ich, ich würde mir wünschen, ich wäre anders dran gegangen, aber ich musste ihm tatsächlich dann in Letterboxd ein Herz auf jeden Fall geben. Aber es gibt auch genug Macken an dem Film, keine Sorge. Und es fängt erst mal mit dem Beginn des, ja, Filmes an. Und wir haben erst mal eine sehr, ja, bekannte Szenerie. Wir sind im Wald unterwegs, der Kamera stapft durch den Wald. Hat mich so ein bisschen an das Intro von den Dinos erinnert. Und das gepaart mit einer Mischung von Musik aus Jurassic Park und ähnlichem. Wo du denkst, okay, hier ist jetzt das sagenhafte Monster unterwegs. Und man muss dazu sagen, zum Bigfoot findet man, glaube ich, ja, so viele Informationen, gerade in den Internetseiten. Oh mein Gott, du kannst dich wirklich dumm und dämlich recherchieren zum Thema Bigfoot. Ich habe mir Bücher organisiert, ich habe mir Dokus angeschaut. Es ist furchtbar, wie viel es da draußen gibt. Es gibt Podcasts, ganze YouTube-Kanäle, die sich nur mit Bigfoot auseinandersetzen. Jo, 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 jo. Deswegen habe ich mir auch gedacht, mache ich jetzt tatsächlich so einen Infoblog zum Thema Bigfoot? Und ich habe mir dann gedacht, nee, ich glaube, das wäre einfach too much. Einfach wirklich too much. Aber so ein paar, ja, Hard Facts kann man ja mal bringen. Also ich meine, dass die Bigfoot-Legende, ich glaube, das hat so in den, ja, 60er-Jahren, 70er-Jahren dann angefangen, so richtig groß zu werden. Als dann so diese ersten, ja, Beweise, in Anführungszeichen, aufgetaucht sind. Wenn ich mich richtig erinnere, war das dann bei einer, ja, Expedition im Himalaya, wo einer der Expediteure einen Fußabdruck entdeckt hat und den fotografiert hat. Und damit ging es los, dass die Welt nach dem Bigfoot, also da kommt auch dieser Name her, weil es einfach ein riesiger Fußabdruck war, der einem menschlichen gar nicht so unähnlich aussah. Und so hieß es dann losgegangen. Da gab es dann legendäre Fake-Filme, wie sich dann später einpuppt hat von diesen, ihr kennt den alle, wo der Bigfoot von links nach rechts durchs Bild schlackst und dann zur Kamera guckt und weiterläuft. Das waren alles so Geschichten, die damals für bare Münze genommen wurden. sich im Nachgang dann aber teilweise erst Jahrzehnte später rausgestellt hat. Das ist alles Fake gewesen. Da ist jemand bezahlt worden, in einem Kostüm durch den Wald zu latschen. Und weiter so Geschichten. Es gibt ja inzwischen ganze Institute für die Bigfoot-Forschung. Es gibt Krypto-Zoologen. Ich finde diesen Begriff immer sogar schön. Ich finde auch das Arbeitsfeld echt spannend, muss ich sagen. Ich habe mir gedacht, ja, schaust du mal, wie das eigentlich so im deutschsprachigen Raum aussieht, weil das meiste bekommt man ja logischerweise so aus dem Nordwesten der USA mit. Oder eben aus dem Himalaya, wo der Yeti lebt. Oder in Kanada ist es ja der Sasquatch, wie gesagt. Und einige mehr. Aber der Bigfoot an sich hat tatsächlich auch Wurzeln im europäischen Raum oder im afrikanischen Raum. Also es gibt auch Krypto-Zoologen, die eben diesen Menschenaffen nachgehen oder ausgestorbenen Menschenaffen, Rassen quasi, die mitunter auch zum Teil wieder auftauchen. Also ich meine, ich hatte gelesen, dass es in Asien, dass eine Schimpansenart aufgetaucht ist, die so groß ist, dass sie Jagd macht auf niedere Wirbeltiere wie Wildschweine und keine Ahnung was. Also es ist schon heftig, wo du denkst, what the fuck, was für ein Affe? Also kein Gorilla, sondern ein Schimpanse. Und du denkst, okay, das ist gruselig. Und dann ist natürlich die Denke nicht weit weg. Hm, was wäre denn, wenn wirklich irgendwo ein Bigfoot durch die Wälder stapft? Aber bisher gibt es ja keine Beweise oder zumindest ist nichts veröffentlicht worden, was irgendwie das beweisen würde. Da sind wir bei den Aliens, glaube ich, schon ein kleines Stückchen weiter gefühlt. Ich glaube, es gab auch letztens diese angeblichen Alien-Leichen, die da gefunden wurden und hast nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob das sich inzwischen als Hoax entwickelt hat. Aber ich bin tatsächlich für sowas ein bisschen empfänglich. Ich bin einfach neugierig und ich mag die Vorstellung, dass da draußen Dinge sind, die wir noch nicht wissen, die wir noch nicht kennen. In der Tiefsee oder im Insektenreich ist es ja auch immer so, dass immer neue Arten entdeckt werden, immer wieder neue Lebensformen entdeckt werden. Und ich fände es natürlich spannend zu sagen, hey, es gibt hier oberhalb bei uns auch tatsächlich noch Lebewesen, die wir einfach noch nie entdeckt haben, gesehen haben. Weil. Einfach weil. Punkt. Und es gibt auch einen deutschen Kryptozoologie-Verband, die auch Jahrbücher rausbringen. Und die gehen auch irgendwelchen Mythen über irgendwelche Wildkatzen, die ausgestorben sind. Also es ist nicht immer nur das Fantasiewesen. Es ist nicht immer nur der Bigfoot oder Nessie oder hast du gesehen? Sondern es sind manchmal auch einfach, ja, annähernd nicht so fabelhafte, also im wörtlichen Sinne Tiere, denen da nachgegangen wird. Und wo man sich denkt, ja, okay, kann durchaus sein, dass da zum Beispiel auch der Dodo könnte da zum Beispiel auch damit dazugehören, dass man an irgendeiner Stelle der Welt auf einmal auf einen Dodo treffen würde. Das wäre in dem Moment auch eine Kryptozoologie, wo man sagt, ey, das würde die Welt auf den Kopf stellen, würde ich behaupten. Aber gut, da will ich gar nicht zu weit ausholen. Ich will nur sagen, wenn ihr auf sowas Lust habt, guckt mal im Internet, aber verlauft euch bitte nicht. Der Dschungel um Bigfoot-Mythen etc. ist echt groß und echt unübersichtlich. Und ich finde es einfach spannend, wie viel Inspiration das auch einfach gibt im Kreativen. Und guckt mal, wie viele Filme gibt es, die das aufgreifen über Tiere, die niemand jemals gesehen hat. Ich meine, so Sachen wie Jurassic Park oder so, das ist ja auch der Idee quasi entsprungen. Es sind zwar ausgestorbene Tiere, von denen wir wissen, dass sie existiert haben, weil wir Knochen etc. gefunden haben. Aber es ist ja trotzdem eine Tierart, die wir nie lebendig gesehen haben, wo wir ganz viel Fantasie reinstecken müssen, um uns vorzustellen, wie wäre das denn, wenn. Und bei Bigfoot finde ich das ähnlich. Und das schaffen sie hier tatsächlich bei Bigfoot und die Hendersons auch dieses gängige Bild. Man ist irgendwo im Nordwesten der USA unterwegs, irgendwo im Wald. Man ist eine Familie auf einem Campingtrip und dann rennt dir halt so ein Viech vor den Family Van. Ja, und die Familie Henderson ist, glaube ich, so die amerikanischste Familie, die man sich so vorstellen kann für so einen Film, die echt alles dabei haben auf einem Campingtrip. Also heute nennt man das, glaube ich, Glamping, wenn du dann deine Topfpflanzen und einen Heißluftofen und hast nicht was alles gesehen mitnimmst auf einem Campingtrip. Und dann ist es auch so fast schon zynisch. Dann deine Frau fragst, ach, liebst du nicht auch das raue Leben in der Wildnis? Da habe ich gedacht, okay, na, ich bin da tatsächlich, entweder gehe ich campen oder ich gehe in ein Bungalow oder ich gehe in ein Hotel, aber nicht dieses, dazwischen dieses Glamping. Äh, ich weiß ja nicht. Ich gehe dann in diese Mobile Homes, nennen die sich ja zum Beispiel, oder halt diese Bungalows, aber wenn ich mit Zelt oder was rausgehe, dann habe ich, wenn ich jetzt nicht gerade auf Wacken oder was unterwegs bin, keinen Kühlschrank oder so einen Scheiß dabei. Und erst recht keine Topfpflanzen. Also mal ganz ehrlich, du fährst raus in die Natur, du fährst raus in den Wald und das Erste, was dir einfällt, was mit ins Auto muss, ja, also ich würde ja schon gern meine Pläne hier mitnehmen. Aber dass ich mich ja um die kümmern kann, dann denke ich mir so, okay, das muss doch einen Grund haben. Ja gut, später wird mir klar, was der Grund sein könnte, weil die Nachbarin, die man normalerweise wahrscheinlich fragen würde, kannst du mal bitte nach meinen Pflanzen gucken und die gießen, wenn ich nicht da bin? Der würde ich aber in dem Film, die hier gespielt wird, ich hatte sie ja vorhin schon erwähnt von Laini Kazan, diese Irene ist so eine furchtbare Person, furchtbar neugierig, furchtbar aufgeregt. Aufdringlich mit ihrer Meinung und allem möglichen, der würde ich erst recht nicht einen Schlüssel für meine Wohnung oder mein Haus geben, dass die meine Pflanzen gießt. Oh mein Gott, dann nehme ich sie ja lieber mit in Urlaub. Stell dir mal vor, die hätten jetzt, werden jetzt nicht campen gefahren, sondern einfach irgendwo hingeflogen und du hättest dann so im Handgepäck so ein kleines Kaktus dabei und so eine Orchidee da im Koffer. Und denkst dir so, dann wenn du da an diesem Flughafen arbeitest, scannst den Blumentopf dann durch und denkst so, ey Leute, ohne Scheiß, was zieht die hier eigentlich ab? Warum tut ihr so etwas? Das ist eine Bedrohung für die nationale Sicherheit. Leute, die ihre Kakteen oder Zimmerpflanzen mit in den Urlaub nehmen, reist mal mit einem fucking Buchsbaum nach Ibiza. Da bezahlst du wahrscheinlich einen extra Sitz nur für den Baum mit, weil er nicht ins Handgepäck darf und im Gepäckraum unten ist auch kein Platz. Sitzst du mit einem Baum oben in der Fliegerkabine, stelle ich mir sehr witzig vor. Habt ihr schon mal jemand mit einem Baum im Flieger getroffen? Wenn ja, schreibt es mal hier unter die Folge, ob das so würde mich mal interessieren. Naja gut, zurück zu den Handersons. Genau, also sie machen ihren Campingtrip, sind natürlich auch am Jagen. Der George Henderson ist passionierter Jäger und bringt es seinem Sohn Ernie dann natürlich auch bei. Und sie gehen dann auf Hasenjagd und Ernie ist Feuer und Flamme dafür und die Mutter ist so ein bisschen, oh George, muss ich ihm das wirklich beibringen? Also es klingen schon so ein paar skeptische Töne an, was gerade dieses Jagen angeht. Und das wird dann im Laufe des Films natürlich auch, ja, ein ganzes Stück größer noch. Also der Film ist schon recht liberal, muss man sagen, für amerikanische Verhältnisse, auch wenn er so anfängt. Der stellt doch einiges in Frage, wo ich gedacht habe, ah okay, spannend. Das ist heute eigentlich so ein bisschen verpönt, aber damals muss es ja erst recht verpönt gewesen sein, weil, mal ganz ehrlich, ein Ami, der keine Schrotflinte zu Hause hat und damit in den Wald fährt, der war doch kein richtiger Ami damals. Also vor allem kein Familienvater. Du musstest doch deine Familie beschützen und dein Grund und Boden. Naja gut, das ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall fahren sie dann wieder nach Hause und dann kommt es zu einem Unfall mit einem haarigen Schatten, der über die Straße tapst und bumm, auf einmal stinkt der kühler Grill nach Bigfoot. Und der klebt dann da dran. Und am Anfang ist der Film echt ein bisschen auf creepy auch gemacht. Da sind so ein paar creepy Momente auch noch bis so im ersten Drittel, wo es gerade darum geht, man soll den Bigfoot noch nicht so richtig sehen und er ist noch eine Bedrohung. Und als er dann vermeintlich tot ist, es wird schon so eine mystische Atmosphäre aufgebaut. Und das mochte ich ganz gerne, so dieses Geheimnis dahinter. Das ist ja auch was, was den Bigfoot so als Geschichte so interessant macht, weil ihn niemand gesehen hat und alle malen sich irgendwas aus, wie könnte es sein, ihm zu begegnen. Und es gibt dann so Gerüchte, wie groß sind die Füße, welche Formen haben die Füße, dass die Zähne alle gleich groß sind, dass er immer, wo er auftaucht, nach Verwesung riecht. Also deswegen dieses stinkige Fell oder diese stinkigen Haare sind ja auch so ein Merkmal neben dem Affengesicht mit den Menschenaugen und hast nicht gesehen. Da gibt es ja jede Menge Indizien, in Anführungszeichen, woran man einen Bigfoot erkennt. Und ja, aber gut, nicht überall, wo es nach Verwesung stinkt, muss ein Bigfoot gewesen sein. Manchmal triffst du einen auch in der U-Bahn, der so ein bisschen arg schon nach Verwesung riecht. Und denkst du, oh gut, Dude, Unterhose wechseln kannst du auch mal alle drei Wochen spätestens und nicht von innen nach außen umdrehen. Nee, 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 bitte nicht. Aber gut, hier haben wir es mit einem waschechten Bigfoot zu tun. Das finden sie dann auch später raus tatsächlich. Nehmen wir ihn dann auch mit nach Hause, weil sie sich denken, ah, den können wir ja irgendwie erst mal vermarkten. Den können wir ja als Beweismittel natürlich mitnehmen. Und bevor uns jemand zuvor kommt, packen wir ihn selber ein. Ja, so kommt es dann, dass der Bigfoot mit in die Stadt kommt. Ja. Und dort wird es dann ein bisschen spooky. Und jetzt kommen so langsam auch die Szenen, wo ich gedacht habe, okay, Amblin, was habt ihr da bitte reingepusht? Weil der Film hat echt starke und zwar sehr starke E.T. Vibes. Und ich muss sagen, ich bin kein großer E.T. Fan. Ich mag den Film nicht. Ich habe ihn damals zwar oft geschaut, aber irgendwie hat der mich bis auf die, also zum Ende, klar, das war traurig. Aber ich bin mit E.T. nie wirklich warm geworden, weil mir das auch oft einfach viel zu viel auf die Tränendrüse gedrückt war. Viel zu viel. Und das versuchen sie hier bei Bigfoot in die Hendersons wirklich teils erschreckend eins zu eins zu replizieren. Und das hat schon damit zu tun, dass sie teilweise sogar dieselben Story-Elemente und ähnliche Kulissen benutzen. Also es gibt hier auch, genauso wie in E.T., wenn ihr euch erinnert, da gab es ja diese Gartenhütte mit der Taschenlampe und so. Ja, ratet mal, was hier bei Bigfoot in die Hendersons vorkommt. Und natürlich auch so eine Gartenhütte, in der er dann aufbewahrt wird und dann aufwacht und nicht weiß, wo er ist und dann erstmal ein bisschen auf Rampage-Mode geht. Ja, kann man nachvollziehen. Du warst irgendwo auf, wo nicht dein Zuhause ist und denkst so, Dude, was ist los? Und dann gehst du halt erstmal und schmeißt erstmal ein paar Sachen um und frisst Pflanzen aus und plündert den Kühlschrank und hast nicht gesehen. Ja, das ist halt die Natur, die hier durchkommt. Aber es ist echt dieser Kitsch, der da gerade so im Mittelteil so durchkommt, da habe ich echt gedacht, okay, das ist so typisch 80er. Ich meine, E.T. ist von 82, fünf Jahre vorher. Und es gibt so viele von diesen Familienkomödien, die so viele Kitsche-Elemente beinhalten. Und gerade Amblin hat sich damit ja einfach einen Stempel gemacht. Das ist quasi so die Fortführung von dem, was Walt Disney ja mal angefangen hat. Ich habe irgendwo eine Kritik gelesen, dass mit Bigfoot und die Hendersons quasi der Disney-Film gemacht wurde, der nicht von Walt Disney stammt. Und das sagt schon einiges über diesen Film aus. Das ist einfach dieses, oh, dieses, oh, dieses Feelgood. Das, I don't feel so good, wenn ich so viel Feelgood sehe. Oh, das ist teilweise aus heutiger Sicht für dich echt unangenehm. Auch wenn er auch auf der anderen Seite teilweise wirklich lustig. Und es gibt auch ein paar berührende Momente. Das will ich überhaupt gar nicht abstreiten. Aber das meiste ist halt echt so dieses, ey, ich bockse dich so lange, bis du weinst. Ob du willst oder nicht. Und ich muss da aber sagen, ich bin da halt so geprägt. Als Kind fand ich den ganz toll, diesen Film. Ich glaube, es lag einfach daran, weil ich als Kind diesen Bigfoot mochte. Ich fand diesen Bigfoot total geil. Und das ist ja genau das, womit sie einfach die Leute gekriegt haben. Die Kinder fanden diesen Bigfoot als großen Freund unglaublich geil. Ey, guckt doch mal, was aus diesem Film dann geworden ist. Es gab eine TV-Serie und es gab ein, ja, ganzes Franchise drumherum. Und jetzt hört mal. Das, was ihr gerade hier so ein bisschen klappern hört, ist ein deutsches Brettspiel. Und das heißt, Harry dreht alles um. Aus der Reihe Harry und die Hendersons. Und da sind diese Gesichter hier oben drauf. Ihr könnt euch die gar nicht vorstellen, wie die aussehen. Das ist ein gezeichnetes Familienglück. Alle lachen, alle sind gut drauf. Und es sieht einfach so gruselig aus. Und in der Mitte ist so ein großer Harry, der so in die Kamera guckt. Absolut gruselig. Und das ist halt einfach ein Original-Brettspiel. Was im Endeffekt nichts anderes ist als, ja, es gibt irgendwie Harry-Karten. Und dann verwüstet er da durch das Wohnzimmer. Und man will natürlich verhindern, dass die Wohnung hinübergeht, ja. Und das Spielziel ist, wer es schafft, Harry aus dem Weg zu gehen und dabei die meisten Gläser aufzuräumen, der gewinnt das Spiel. Ein Spiel, bei dem du aufräumen musst. Da denke ich mir so, ey Leute, das ist jetzt nicht dein fucking Ernst. Und es gibt noch mehr davon. Also diese Harry und die Hendersons, die haben tatsächlich ein Franchise aufgemacht mit Hörbüchern, mit Videospielen, glaube ich, gab es auch. Es gab so Reisememoriespiele und hast du nicht gesehen. Das ist echt gruselig. Und das ist halt nochmal eine ganze Spur härter als so anderer familienfreundlicher Kitsch. Aber hier Harry und die Hendersons haben sie echt groß rausgebracht. Und wie gesagt, die TV-Serie lief ja auch bis 93. Also, boah, ich habe die Serie auch, glaube ich, damals, die lief auch mal eine Zeit lang im deutschen Fernsehen, meine ich. Ich habe da ein paar Folgen mir jetzt auf YouTube nochmal angeguckt. Die kamen mir sehr, sehr bekannt vor. Aber das war dann halt echt, echt peinlich auf Sitcom getrimmt. Da habe ich gedacht, oh mein Gott. Oh mein Gott. Und das war ja tatsächlich erst, wenn man so recherchiert, andersrum gedacht. Sie wollten erst eine Serie machen, waren aber sich nicht sicher, ob das funktioniert und haben dann erstmal einen Film gemacht. Und das war dann wahrscheinlich auch die richtige Reihenfolge, weil der Film halt trotzdem gut erfolgreich war. Und die Serie dann auch noch. Aber ey, dieses Franchise gequetsche da drumrum. Echt widerlich. Alles nur, damit jeder seinen großen haarigen Freund Harry zu Hause hat. Und da habe ich gedacht, boah, nee, ey, ohne Scheiß. Und so ein Kitsch, finde ich, ist in irgendeiner Form auch irgendwo Trash. Dass du sagst, boah, da wird mit den Gefühlen von Familien und Kindern gespielt, um ihnen da was aus der Tasche zu ziehen. Und, boah, wenn man da so ein bisschen einfach mal zur Seite tritt und drauf schaut, kann das echt eklig sein. Aber trotzdem, ich hasse den Film dafür, dass ich ihn so geliebt habe. Ah, das ist so furchtbar. Das ist echt furchtbar. Naja, gut. Es geht dann im Film, ja, erwartbar weiter. Am Anfang waren sie noch Feinde. Dann arrangieren sie sich irgendwie damit, wollen dann Harry doch verstecken. Dann gibt es dann jede Menge Szenen, in denen Harry irgendetwas tut, was er nicht tun sollte. Oder was einfach für Witze sorgt. Wenn er irgendwelche Dinge durch die Gegend schmeißt, durch die Wand haut, sich Tricks beibringen lässt, in denen er sich setzen kann. Ey, okay, da muss ich sagen, manche von diesen Gags funktionieren tatsächlich auch ganz gut. Wenn er dann halt sich setzt und dabei durch den Boden bricht und unten dann auf dem Billardtisch landet, ja, ist schon, ja, eine ordentliche Szene. Da ist es dann ein großer Vorteil, wenn du so ein Budget hast und jemand wie Spielberg im Nacken, der dann sagt, ja, sowas können wir dann drehen. Braucht ihr noch einen dritten Boden oder einen vierten? Keine Sorge, könnt ihr kriegen oder einen neuen Küchentisch, alles da. Ihr müsst hier nicht den Roger Corman machen und es irgendwo euch bei anderen Sets ausleihen oder klauen. Naja, gut. So entwickelt sich dann halt tatsächlich der, ja, vorherige Horror-ET zum Raumduft schnüffelnden Blumenfresser. Weil der Bigfoot ist ja ein Vegetarier. Nette Wesen sind immer Vegetarier, will man zumindest hier suggerieren. Naja, gut, kann man machen. Aber ich bin ehrlich, ich hätte den Cheeseburger aber auch gegessen, den George ihm dann später im Film auf die Rückbank wirft. Und da habe ich als Kind immer voll Bock drauf gehabt, diese Cheeseburger zu essen. Und dann steht er gar nicht auf Cheeseburger, sondern kriegt dann so einen Fischburger. Und mal ganz ehrlich, wann habt ihr das letzte Mal einen Fischburger beim Meckes oder so gegessen? Also ich habe mich mal daran erinnert, früher waren die immer ganz okay. Vor allem wegen dieser Remoulaten-Soße. Aber ich habe mal vor ein paar Jahren mal wieder so einen McFish oder wie das Scheiß-Teil heißt gegessen. Und oh mein Gott, sind die ekelhaft geworden. Also nicht mal der Fisch an sich selbst, der ist sowieso, ja, gepresste Scheiße von was weiß ich woher. Aber ich finde das Schlimmste ist diese Soße. Warum schmeckt die inzwischen so scheiße im McDonald's? Warum? Also Burger King weiß, warum sie einfach keinen Fischburger anbieten. Weil das einfach nicht funktioniert. Und der schmeckt echt scheiße. Ich erinnere mich, meine Mutter hat den früher mal ab und an gegessen. Aber ich glaube inzwischen isst die den auch nicht mehr, weil sie sagt, ja generell Meckes ist nicht so geil, aber ein Fischburger, boah, nee. Ganz ehrlich, heutzutage nicht mehr. In den 80ern war es wahrscheinlich egal. Da haben die ja noch alles reingeklatscht, was ging, dass es einfach nur geil aussieht und geil schmeckt. Aber heutzutage, nee. Da macht die MSC und wie sie alle heißen, da machen die nicht mehr mit. Und ich auch nicht. Und ab und zu mal ein Cheeseburger. Das muss sein. Aber die Army Burger sind ja natürlich ein ganz anderes Kaliber, das ist ja klar. Naja gut. Apropos anderes Kaliber. Ich habe ja schon mal angesprochen, wie geil ich dieses Kostüm finde. Und es gibt so geile Behind-the-Scenes-Aufnahmen, wie dieses Kostüm entwickelt wurde. Und welche kleinen Feinheiten und Tricks da drin stecken. Also ich bin wirklich froh, dass es so viele Szenen mit Harry gibt. Weil jede Szene mit Harry ist erstmal von technischer Seite her. Oder von designtechnischer Seite vor allem. Eine echte Bereicherung. Nicht, also für den Film auch, aber einfach für die gesamte Filmwelt. Weil das hat so viele Maßstäbe gesetzt. Einfach in puncto, wie gestalte ich eine Maske. Auf welche Details kommt es an. Wie kann ich was umsetzen. Also wie gesagt, diese Maske. Das waren ja irgendwie zwei Leute mit Fernbedienung. Die da die Augenbrauen und die Lippen und haste nicht. Was gesteuert haben. Und dann Kevin Peter Hall. Und das alles zu synchronisieren. Das ist eine unglaubliche Leistung, die hier vollbracht wurde. Also das ist in allen Ehren. Oh mein Gott. Dieser Aufwand. Und dann zu sagen, hey, du machst da draus keinen Horrorfilm. Sondern du machst da draus einen Familienfilm. Also du darfst dann ja auch nicht zu gruselig sein oder zu brutal. Und das ist halt echt eine Kunst, finde ich. Und das haben sie hier. Das ist wirklich das, wofür der Film Bewunderung verdient. Und das zu Recht. Weil sie das hier auf ein absolut neues Level gehoben haben. Was es so vorher, behaupte ich, noch nicht gab. Und alles andere, was danach kam. Und ich meine, Rick Baker hat ja dann weitergemacht. Und schaut mal, auch wenn man ihn nicht unbedingt mag, diesen Film. Also einige kenne ich, die mögen ihn, andere nicht. Ich mag ihn. Planet der Affen. Von Tim Burton zum Beispiel. Aus Ende 90er. Nee, 2001 war er, glaube ich. Kann man über die Geschichte streiten und über Mark Wahlberg, wie man will. Aber diese Affen-Kostüme waren genial. Oh mein Gott. Und das war dann wirklich schon Next-Level-Shit. Und heute guckst du drauf, was sie da alles an CGI drüber klatschen. Aber guck mal, was da für Masken entstanden sind. Was da für Techniken, für Arbeitstechniken entstanden sind. Dass auch solche Kostüme gemütlich sind für die Schauspieler. Also schaut mal, in wie vielen Filmen, in denen irgendwelche Filmmonster oder was auftauchen, wo die Schauspieler in irgendwelche Anzüge gequetscht wurden, wo sie sich nicht drin bewegen konnten. Und du hast nicht gesehen. Und hier bei Bigfoot in the Handelsons hat sich Rick Baker extra Gedanken gemacht. Ja, wie kann sich der Schauspieler denn darin irgendwie wohlfühlen? Damit er sich auch aufs Schauspielen konzentrieren kann. Und nicht nur darauf, wo ist die nächste Toilette. Okay, ich kann jetzt erst mal drei Stunden da nicht hin. Mal gucken, was ich in der Zeit alles mache. Oder lege ich mir einfach einen Schlauch hinten aus dem Arsch. Das ist echt eine ganz große Leistung. Und das ist auch was, wo ich manchmal das Gefühl habe, das geht so ein bisschen verloren. Ich meine, Stan Winston und Konsorten haben das ja auch gemacht. Oder wenn man schaut, mit wem Guillermo del Toro immer zusammenarbeitet. Dieses Masken-Building, dieses Moulding, dieses Kostüm-Building. Das ist so geil. Das sind so coole Kostüme. Und die wirklich so zum Anfassen aussehen, aber auch realistisch wirken. Also dieser Harry, der sieht wirklich aus, als könnte der so im Wald rumrennen. Weil da so viele natürliche Elemente von Orang-Utan und Hasten nicht gesehen drin untergebracht sind. Aber ich glaube, eines der Hauptaugenmerke, und das ist tatsächlich das, was diesen Riesen zum Leben erweckt, sind die Augen. Und wer es noch nicht wusste, diese Augen, die ihr hier seht, die gehören Kevin Peter Hall. Das ist keine Animatronic, das ist kein Fake, da sind zwar Kontaktlinsen drauf wegen der Augenfarbe. Aber das sind die Augen von Kevin Peter Hall. Und hier zeigt er einfach, was für ein versierter Schauspieler er war, der nur über diesen Blick und dem Kostüm um ihn herum, diesen riesigen Berg aus Silikon und Haaren es geschafft hat, Menschen dazu zu bewegen, ihn zu mögen, ihn zu lieben sogar. Mit ihm Brettspielen zu spielen. Oh mein Gott. Es ist eine fantastische Leistung. Darf man, will man gar nicht kleinreden. Darf man auch gar nicht, finde ich. Aber das andere drumherum, dieser Kitsch ist dann auch teilweise echt furchtbar. Da denkst du so, oh mein Gott. Aber das, ja. Wenn man das jetzt mal so ein bisschen seziert, ihr merkt, man findet positive und negative Aspekte. Ja. Apropos negative Aspekte. Also es gibt dann, naja, natürlich noch eine Side-Story mit diesem Jäger, der dann eben auf die Fährte von Bigfoot kommt und ihm dann nachschnüffelt. Und zwar buchstäblich, also der arme David Suckett, der hat hier tatsächlich einen, ja, sehr ekelhaften Jäger gespielt, wie ich finde, der so ein Haarbüschel sammelt und dran leckt und hast nicht gesehen. Aber man macht das mit einer Hingabe, dass man tatsächlich sagt, ja, ich mag ihn nicht, also seine Rolle mag ich nicht. Aber er hat das sehr schön und sympathisch gespielt. Fand ich, fand ich sehr cool. Aber und cool, also auch im Film gibt es natürlich jede, meine Product Placement. Ich meine, ich glaube, an ET-Level kommen sie noch nicht ran, aber gerade wenn es um Frühstücksszenen oder was geht, ja, da wird alles rausgeholt, was irgendwie ein Logo und einen Verkaufswert hat. Die Macher von Killer Tomaten 2 würden sich hier freuen und sagen, ja, gebt uns mehr Product Placement, uns geht die Cola aus. Und hier haben sie es halt einfach untergebracht, weil sie es können. Ja gut, aber es gibt auch manche coole Sachen, die da rumstehen und da denke ich mir so, das würde ich mir kaufen, weil ich habe ja vorhin schon gesagt, Don M. Mackie spielt ja hier den Dr. Wallace Wrightwood, der sich am Anfang noch so als, ja, Inhaber von so einem dubiosen Bigfoot-Shop ausgibt und dann später eben als Forscher offenbart und dann auch super happy ist, dass es den Bigfoot wirklich gibt. Und der hat dann so einen Shop und ich habe dann mal geschaut und solche Shops gibt es ja wirklich mit Bigfoot-Merch. Und da sind einige Sachen dabei, wo ich mir denke, ah, ist ganz gut, dass ich nicht in den USA lebe. Ich glaube, ich würde mir sowas kaufen, zum Beispiel so eine riesige Fußlampe, das ist einfach so ein riesiger Bigfoot-Fuß, wo oben eine Lampe mit einem Lampenschirm rausguckt. Ist wahrscheinlich super billig irgendwo zusammengezimmert, aber ich finde die Idee geil, dass du ins Wohnzimmer von jemandem kommst und dann steht da ein Fuß auf so einem Tischchen oder was rum und du ziehst dann dran und dann geht da eine Lampe an. Finde ich irgendwie geil, die Idee, wenn ich mehr Platz hätte, sofort hier hinstellen. So eine ganze Fußballmannschaft von Bigfoot-Fußlampen. Fantastisch. Sowas mag ich natürlich wieder gern. Ja, und wie gesagt, wir haben dann sehr viel Feelgood. Es wird dann irgendwann sehr liberal von der Grundeinstellung her. Ja, also auch diese Waffenpolitik wird dann in Frage gestellt und gerade, weil der Sohn so ein echter Waffennah schon ist eigentlich. Also er ist mehr Waffennah als sein Vater, der halt irgendwann mal erzählt, ja, er ist eigentlich Künstler. Er mag das malen, aber sein Vater hat ihm statt einem Malkasten halt irgendwann Luftdruckgewehr und den Weihnachtsbaum gelegt. Und ja, seine Frau fragt ihn dann, ach, so wie du es mit Ernie gemacht hast. Also auch dieses Weitervererben von Generation auf Generation. Also es schwingen so ein paar kritische Töne an über diese, ja, wie der Vater so der Sohn, Erbfolge in der Familie. Aber ja gut, es ist halt einfach dafür zu oberflächlich, als dass es wirklich einen Impact hat. Dafür ist auch tatsächlich diese Familie Henderson zu generisch, zu oberflächlich, zu perfekt in ihrer Form. Also auch die Tochter ist da ja natürlich so ein bisschen bitchig, ein bisschen zickig unterwegs, ist aber auch ganz schnell dann auch überzeugt von Bigfoot. Und ja, also es kommt ja, es darf ja auch nie zum großen Clinch kommen und es soll ja Feelgood sein, mein Gott. Aber es ist manchmal einfach zu kitschig. Es gibt aber auch ein paar witzige Szenen im Film. Ich habe ja schon zum Beispiel die Sätzen-Szene erwähnt, aber es gibt noch zwei Szenen und da habe ich wirklich laut gelacht. Und da habe ich gedacht, oh mein Gott, wie konntest du die Szenen vergessen? Nämlich zum Beispiel das Martinshorn, habe ich mir aufgeschrieben. Das ist dann, wenn sie dann so gegen Ende den Bigfoot wieder in den Wald bringen wollen und es ist ein Stau. Und ein Running Gag ist ja auch zum Beispiel, dass egal wo sich der Bigfoot ins Auto setzt, er oben erboilt er dann erstmal das Dach aus. Ja, weil er ist ja groß. Da muss er sitzen. Und in diesem Stau denkt man sich so erstmal, okay, wie kommen sie da denn jetzt raus? Und dann kamen die Drehbuchautoren auf eine Idee, wo ich gedacht habe, okay, den Punkt gebe ich euch. Das ist wirklich witzig, weil dann steckt Harry seinen Kopf aus dem Autofenster und fängt an, wie ein Beklopter zu schreien. Aber in der Tonlage, das ist halt wirklich, klingt wie so ein Martinshorn, das ist so geil. Und alle machen Platz. Fantastisch. Und dann guckt sich George Anderson so um und guckt so Harry an und Harry guckt George an. Und die beiden sind sich so im Geiste einig so, okay, so machen wir es. Ja, aber es gibt wie gesagt auch düstere Szenen. Also es gibt so einen Kampf in dem Müllcontainer zwischen dem Jäger und dem Bigfoot. Der war schon schaurig für die Verhältnisse, was wir hier eben erwarten. Wie gesagt, E.T. etc. haben ja auch so ein paar eklige oder gruselige Szenen gehabt. Ja, und am Ende gibt es natürlich die große Versöhnung im Wald und einen der fiesesten Moves, die ich in so einem Kinderfilm nicht erwartet hätte, weil der Jäger kämpft dann manu a mano. Mit dem Bigfoot. Und natürlich ist der Jäger ihm hause runterlegen. Weil erst verliert er seine Waffe, dann seine zweite Waffe und ja, was bleibt ihm anderes übrig? Und dann hat Harry ihn in seinen Fängen. Nur wie kann er sich, der Jäger daraus wieder befreien? Tja, indem er Harry in die fucking Bigfoot-Klöten tritt. Oh, dieser Eiertritt, der ist richtig gemein. Und dann gibt es so eine Aufnahme von Harry, wie er sich so ganz nah an den Jäger ranzieht und so grimmig anschaut. Und im nächsten Moment ist es einfach eine Cartoon-Gesichtsentgleisung vor dem Herrgott. Wo er dann so ahhh und sich dann in den Schritt greift. Und da habe ich gedacht, oh mein Gott. Ja, da ist dann halt auch wieder der Familienfilm durchgekommen. Mit so ein paar Cartoon-Szenen. Das fand ich ganz nett. Also davon hätten sie im Film ein paar mehr haben können. Dann wäre es vielleicht nicht so ultra kitschig geworden. Aber, also auch zum Beispiel diese Martinshorn-Szene ist ja auch eigentlich so eine Cartoon-Szene. Oder das Durch-den-Boden-Brechen. Oder die Frisier-Szene vor dem Fernseher. Oder hast du nicht gesehen? Also das sind so Sachen, wo ich mir denke, ja, das ist lustig. Aber der Rest ist halt echt übertrieben auf die Tränendrüse gedrückt. Und so ist halt dann auch das Happy End. Und ja, und dann das Wimmelbild am Ende. Und wer natürlich weiß, wo die Bigfoots stehen, dann findet man sie auch. Und dann hat man schon so eine Träne im Knopfloch. Aber es ist echt so eine fiese Tour. Es ist so gemein, dass die dir da so eine Träne abbringen. Näh. Und deswegen mein Fazit zum Film ist auch tatsächlich, es ist halt echt Hardcore-Nostalgie-Kommerz-Kitsch. Aber er hat trotzdem so viel Herz. Und das in einigen Elementen wirklich gerade so im Design und sowas überrascht. Hackend. Und im Schauspiel von Kevin Peter Hall bis heute. Also jeder verliebt sich, glaube ich, instant in Harry. Und möchte ihn als Freund zu Hause haben. Und damit haben sie eigentlich gewonnen, die Wichser. Boah, ich kann den Erfolg aber nicht. Nee, kann ich nicht. Nein, 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 nein. Aber sie haben ein Herz von mir gekriegt. Aber ja, ich habe ja ein paar zu geben. Aber ich kann euch sagen, wenn ihr den Film noch nie geschaut habt, weiß ich nicht, ob der an euch rangeht. Ich glaube, es ist schon echt so eine Nostalgieschiene bei dem Film. Ich weiß nicht, ob der aus heutiger Sicht noch wirklich so ziehen würde. Aber ich glaube, darauf ist auch diese Veröffentlichung von Turbine auch gar nicht ausgelegt. Das ist halt wirklich für die Fans von damals, als sie den noch mal wieder sehen wollen in hoher Qualität. Und hast nicht gesehen. Also da kann man auf jeden Fall mal zugreifen im Mediabook. Die sind wirklich schön ausgestattet. Und die Bildqualität ist auch super. Also wenn ihr den mal wieder schauen wollt, dann schaut da mal vorbei. Da gibt es ein paar schöne Mediabooks zum Absahnen. Aber ja, ihr wisst, was euch erwartet. Und wenn ihr damit nicht leben könnt oder wollt, dann geht in den Wald und nehmt eure Topfpflanze mit und tretet einfach irgendeinem Wildfremden in die Eier. Vielleicht habt ihr dann genauso viel Spaß wie ich mit dem Film. Jetzt ist es schon so ein fieser Tritt in die Eier. Aber am Ende weint man und man weiß nicht warum. Ob es der Tritt war oder doch. Die Herzenssache. Trivia. Auch wenn Kevin Peter Hall Harry gespielt hat und verkörpert hat, stammt die Stimme von Harry, die man im Film an manchen Stellen hört, nicht von Kevin Peter Hall, sondern von Fred Newman. Und der ist vor allem für Tier- und Monstergeräusche sehr bekannt geworden. Zum Beispiel als Morgway aus den Gremlins. Oder als Munchie aus den Munchies. Aber er hat auch echte, in Anführungszeichen, Figuren gesprochen, wie zum Beispiel Skeeter aus der Serie Duck. Aber vor allem seine Geräusche sind einfach unverkennbar. Zum Beispiel in Wolf, das Tier im Mann. Mit Jack Nicholson hat er die Wehrwolf-Geräusche gebracht. In Cocoon, die Delfine. Und in zauberhafte Schwestern die Frosch-Geräusche. Quack. Ja, aber Marketing von Harry und die Herzenss ging etwas schief. Und zwar wollten die Filmemacher unbedingt geheim halten, dass die Hauptfigur des Films ein Bigfoot ist. Er wurde zwar so ein bisschen angeteast, also auch in den ersten Trailer, aber man bekommt ihn nicht so wirklich zu sehen. Und auch auf den ersten Plakaten nicht. Und auch im Titel ist er nicht aufgetaucht. Wie gesagt, Harry und die Herzenss. Das führte jedoch später dazu, dass der Film zwar erfolgreich wurde, aber nicht so erfolgreich, wie sie es sich gewünscht hätten. Und deswegen wurde er dann nachträglich auch zum Teil vor allem in Übersee umbenannt. Und hierzulande ist er dann auch als Bigfoot und die Herzenss erschienen, um einfach nochmal mehr auf diesen Bigfoot-Charakter einzugehen und ihn so nochmal besser zu vermarkten. Vor allem dann Thema Brettspiele etc. Im Film sieht man eine Zeichnung von Harry, die im Büro von George liegt. Und diese Zeichnung ist das Original-Design, das Rick Baker angefertigt hat, nachdem William Deere ihn angerufen hat und gefragt hat, ob er sich vorstellen könnte, für Harry und die Hendersons einen Bigfoot zu entwerfen. Und diese Zeichnung hat es selbst auch in den Film geschafft. Und hier weiß man auch, wofür Rick Bakers Herz geschlagen hat und woher diese geniale Design-Idee seinen Ursprung hatte. So, das war's mit der Auftaktfolge für den So Harry, It's Scary November. Ich hoffe, ihr hattet einen wunderbaren Nostalgie-Trip zurück in eure Kindheit oder wie alt ihr auch immer 1987 wart. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch hier wiedergefunden habt. Habt ihr den Film damals gesehen? Habt ihr ihn euch genauso ins Herz gebrannt wie ich? Oder war es ein fieser Eiertritt? Schaut mal bei Spotify, da ist dann wieder eine Befragung unten drunter. Q&A habe ich mir jetzt hier angewöhnt, immer mal drunter zu packen. Stimmt da gerne mal ab. Gebt mir eure Rückmeldung auch über Insta und hast nicht gesehen, lasst da gerne ein Follow da. Support über Steady. Ich habe inzwischen meinen ersten Steady-Supporter. Die Trash-Gang wächst und ihr könnt dabei sein. Exklusive Podcast-Zugänge und einiges mehr. Schaut da gerne mal über die Links in der Folgenbeschreibung. Wobei ich freue mich über jeden, der da mitmacht und meine Arbeit dadurch ein kleines bisschen voranbringt. Und ich gebe es ganz viel zurück und noch mehr, als ich bekommen kann. Ihr kriegt alles von mir. Und noch mehr. Ist ja ganz klar. Aber ich freue mich darüber. Und schaut mal auf YouTube. Da ist auch kürzlich, Halloween ist zwar vorbei, aber ein Herzensvideo von mir erschienen zur Gänsehautbücher- und TV-Serienreihe. Da könnt ihr gerne mal reinschauen. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Da gehen wir dann an die Ursprünge des Bigfoot-Mythos zurück. Und schauen uns einen vermeintlichen Dokumentarfilm an namens The Legend of Boggy Creek. Seid gespannt und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn hier haarigen Monstern von haarigen Trash-Tauchern nachgestellt wird. Adiositas, ihr Lieben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017